Hi Leute und jetzt willkommen zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das wäre echt geil, wenn wir das wissen Ich glaube wir müssen wieder Wie schaffen wir das? Nein, wir schaffen es nicht Was machen wir jetzt? Die Karte ist auf, ja gut Da waren wir schon und da ist der Boss Da, keine Ahnung, müssen eigentlich schon gewesen sein Und wie krieg ich das auch? Da erscheint mir unstabil Ah, okay, da geben Bitte gelass da auch noch mal jetzt und sein In mein 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Das ist weg, gut Scheiße Wie mich diese scheiß Viecher Da waren wir schon Pfeile, Pfeile ich bleib mal hier lieber auf dem stand kommt schon drinnen ja kommst nicht dran ich habe schon noch einmal und dann ist er he is down under so that makes me so scary to another I can't believe it he comes back again he doesn't need anything stop can I also exist without fire of course not Oder auch nicht Oder auch nicht Geh weg Geh weg Geh weg Und noch nicht mal einen Pfeil gedroppt oder so So Auch nicht Das gibt's noch nicht Wir müssen ein bisschen mit euch los Warum droppt ihr keine Pfeile mehr? Ja hier guckt ihr deinen Freund an So macht man das Fein Stockt mein Waffenarsignal wieder auf So Zack Nein Und da ist nix Bittet Aber ich glaube wir kriegen noch nicht was Alles von gut Ich war nicht Dab 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 Da weg kann ich denn... Juuu... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Falle ich da einfach runter mit dem Opfer... Ja... Tsch... Hopp... 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 So... Full life... Und... Bra-da. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada... Daaa 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 Duu Duu Hoa Ju Hoa hab ich das? Hoa Ju Hoa Hoa Ah Oh Daaa Haaa Haaa Das habe ich ja ganz Oh, was ist das? Haaa Ein Leoretta Oh Ja Oh 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 Ich glaube... Ich habe keine Ahnung... Warte... Warte... Da ist sie ja schon... Ich war die Gegend... Ich glaube... Ich glaube... Du musst nicht... Hopp... Ah... I... 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 Was sind das... Was sind das... Blopp... 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 Ich verleucherte mich abschließend... Deswegen... Ich wollte mal friedlich... So... Schade... Leider... Keine Ahnung... Bis jetzt... Dabei... Bum... 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 Cjcle... Bus... Bum... Bum.... Bum... High... Bum... 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 Nein! Wollt der andere nicht weg. Nee. So. Meine Lieben. Geht mir nicht auf den Sack. Ich hab zwei Arbeiten. Jetzt sind wir wieder hier. Und diese vier sind auch bei dir. Weil dieses Mal kann ich mich mehr. Dieses Mal werdet ihr den nicht mit mir ficken. Dieses Mal gebe ich jedem Arschloch einen Headshot und der es auch verdient hat. So. Warum hat der eigentlich Feuerpfeile und nicht nur solche Erbärmlichen? So. So. So, so. So, so. So, so. So, so. Oh. Ja. Aha. Dahinter ist doch was. Das sehe ich doch. Mein Spür. Oh. Was ist denn das? Oh. 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 Das ist aber toll. Oh. Oh. Boah. So. So geht das aber nicht. Ich raps euch ins Gesicht. Oh. Ja. Okay. Das wird schon wieder. Ja. Merkwürdig. Okay. Das muss ich gerade mal machen. Ja. Geronimo. Morgen raus. Boop. Loslassen. 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 Verdammt. Ich wollte doch nur da hin. Was ist 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 doch nur da hin. Das finde ich echt nur da hin. Oh. Nächster Raum. Du meinst. Ah. Nicht Pfeile. Pfeile böse. Öh. Ich hab gesagt Pfeile böse. Guck. Pfeile macht Aua. So. Hab doch gesagt. Pfeile macht Aua. Pfeile macht Aua Junge. Hast du nicht zugesehen. hin. So. Zielen. Und. Punkt. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fehlerfeinter. Fehlerfeinter. Machen Wirbelattacke. Punkt. Machen Fangstoß. Und rechts machen wir wieder Wirbelattacke. Wirbelattacke. Geschafft. Und äh. Schluss. Was machen möchte ich auch. Oh. Hab ich. Hab ich. Warum ich komme da nicht rein. Ist das dieser eine Raum. Ernsthaft. Oh juch. Ernst. Da muss ich jetzt zurücklaufen. Weg an diesem Park. Weil es ein Dreischlüssler ist. Das finde ich nicht gut. Aber ganz und gar nicht. Wegen. Einfluss.